Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier bei uns im Whisky-Hort. Zu unserem heutigen Quick & Dirty Video haben wir eine Flasche auf dem Tisch. Ihr seht es schon, der Flügelstand ist hier unten, die fast leer ist, die wir euch aber dennoch präsentieren wollen. Und zwar haben wir kürzlich ein Tasting mit der lieben Mareike Spitzer gehabt. Sechs verschiedene irische Whiskys, die wollen wir euch in lockerer Folge präsentieren. Und wir fangen heute mit dem ersten an aus diesem Tasting, mit dem Skellich 618. Dieses 618 suche ich jetzt gerade im Moment. Na, habe ich nicht dabei. Ein Blend aus Single Pot Still und Grain Whisky mit einem Finish, so zeige ich euch das gleich in Großaufnahme, mit einem PX Sherry Fass Finish. Abgefüllt mit 40% entspricht er eigentlich genau dem, was sich viele unter einem irischen Whisky vorstellen. Dreifach destilliert, ganz geringer Alkoholgehalt, sehr mild, sehr weich kann man da erwarten. Und auch einen fest sitzenden Korken hin und wieder. Das war bei uns der Starter im Tasting. Und das kam eigentlich recht gut an. Weil wie gesagt, genau das, was viele von einem irischen Whisky erwarten. In der Nase noch etwas verhalten. Ich glaube, der ist auch noch ein bisschen kühl heute. Aber er macht schon beim Verriechen einen recht milden Eindruck. Die PX Sherry Noten sind eher dezent. Ich weiß nicht, wie lange das Finish war. Und wenig Fruchtnoten sind dabei, was frisches, was ich häufig bei irischem Whisky finde. Aber auch halt ein wenig Sherry, ein bisschen Rosinen dabei. Und ganz, ganz weich, ganz mild in der Nase. Schauen wir mal, wie es denn schmeckt. Sláinte. Ja. Genau so stellen sich viele Leute hier im Laden an irischem Whisky vor. Der rutscht quasi von alleine über die Zunge mit seinen 40%. Ganz angenehm, ganz mild, selbst ich. Der ich im Moment ein bisschen Probleme habe mit der Zunge, die etwas rau und angegriffen ist. Ich muss sagen, das brennt nicht. Das tut nicht weh. Das kann man wirklich so wetschnasseln. Schöner Starter für den Abend. Wenn man denn vorhat, mehrere zu trinken, war, wie gesagt, auch an dem Täsinger Abend. Schöner Start. Etwas süßlich kommt hier mit den Sherry Noten etwas kräftiger daher als in der Nase. Die stehen hier ein bisschen im Vordergrund. Passt sehr schön. Dieses frische, fruchtiger werden wir. Das finde ich erst so ein bisschen dahinter. Aber im Vordergrund wirklich so richtig dunkle Früchte, Sherry Noten. Ein bisschen was Schokoladiges mit dabei. Ich will jetzt nicht sagen genau das, was ich erwartet habe, aber es passt so in die Richtung. Und ja, schönes Ding. Für 36,90 Euro gibt es die Flasche hier bei uns im Laden. Fairer Preis für das Gebotene. Kann man gerne mal mitnehmen. Ich sehe gerade, jetzt finde ich hier doch auf dem Ring oben steht noch Skellig 618. 618 bezieht sich übrigens auf ein Kloster. Dort, wo der Whisky herkommt, gibt es ein Kloster auf einem Berg gelegen. Und zu diesem Kloster führen genau 618 Stufen. Deshalb 618. Ja, probiere ich es mal aus. Schönes Ding finde ich. Kann man gut gelesen. Das tut auch mit dem, was ihr im Glas habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.